Moin moin meine geilen Viewer da draußen, der Marvin ist mit am Start. Penis. Richtig. Ist nämlich mein Vorname, Penis Langimus. Und wir spielen Blitz Survival Games auf Pandora. Und ihr seht das schon, wie in der letzten Folge, wir haben neue Skins, wir haben ein neues Thumbnail. Bringt überhaupt nichts, dass ich das jetzt ankündige, weil das Thumbnail habe ich ab Folge 17. Und das hier ist Folge 21. Gute frühe Ankündigung. Egal, schneide ich raus und füge das in ein 17er Video ein. Ja, ja, mach es jetzt noch, ne? Mach ich jetzt noch, mach ich sowieso nicht. So, wir müssen hinter mir lang. Und ja, wir sind frisch dabei. Zacken, geile Runde. Oh, ja. Mit dem Wolf-Thema, deswegen auch der Wolf-Skin. Und genau, was zum Thumbnail zu sagen ist. Da sind Marvin und ich nur drauf, hier am Steinschwert. Weil der Marvin und ich das Projekt nämlich jetzt auch zu zweit, also main-mäßig zu zweit machen. Ja. Es wird vielleicht ab und zu mal irgendwie einer oder sowas kommen. Ja, gib mir einen von der Seite, mit du Wiesinger Hohensinn. Es wird ab und zu mal irgendwie einer... Spaß, ich bin getötet. Also Gast oder sowas dabei sein für eine Folge. Ey, was hittet der mich der andere Pimla her? Es wird niemals main-mäßig noch jemand dazukommen. Niemals. Ja, höchst dazu Gast noch drin, dass vielleicht Bruncello oder... Hab ich doch grad gesagt! Ja, ich hab grad nicht richtig zugebracht, weil ich musste kämpfen. Weil ich musste kämpfen. Und dann fällt ab und zu mal wieder dabei sein. Richtig, aber niemals main-mäßig. Weil das ist uns auch immer so... Ihr kennt ja, Robin zum Beispiel vom TS. Mittlerweile kommen noch nicht mal wirklich allzu viele Videos mal dabei ist, ja. Hat einen Grund. Er ist nämlich auch irgendwie nicht so wirklich anwesend immer. Und deswegen... Robin, ey, Robin, ey, Robin. Robin? Hä, was denn? Und deswegen machen Marvin und ich das jetzt so... Warst du schon an beiden Thronen hier? Achso, das wirst du gar nicht, der da hinten steht. Bei mir Schwert ist grad gezogen. Ey, du hast auch scheinbar Schwert. Nein. Direkt am Anfang. Jason Wolf ist Boss. Jason Wolf ist AFK und stirbt. Ey, ey! Ey, Digger, ich hab'n Kill. Ey, jetzt treffe ich dich nicht, dich dein Ernst. Jetzt hab ich hier hochgebackt, fahr'n wieder runter. Hä, was ist grad hier los? Nein, ich bin runtergefallen. Hä? Ich leck, glaub' ich, dann richtig krass rum. Ne, aber ich bin unten, oder wo bin ich? Hä, weil mir nicht da... Jetzt halt da runter... Ich glaub' ich jetzt hier oben, ich glaub' ich jetzt hier oben, Alter. Ich bin unten, weil ich runtergefallen bin. Ey, wir haben hier dreimal runtergesprungen. Ich hab'n wieder hoch. Ich hab' da unten auf jeden Fall noch irgendwen getötet. Ich geh'n wieder hoch. Richtig dumme Logik, Alter. So, ich hab' schon mal einen Stein schwer mit Schärfe. Ja. Auf jeden Fall ein ganz fresher Start, möcht' ich mal anmerken. Ja, ich bin jetzt auch noch, das bin ich, ne? Das bin ich, ne? Alles cool. Ich hab' jetzt auch... Iron Boots. Ich mach' jetzt mal eine Ankündigung. Sobald nämlich hier, ähm... Die tausend Kills erreicht sind in Minecraft Blitz-Tribble-Games, kommt ein 1-Stunden-Video her. Also bei dir tausend, ne? Ja. Da drüben ist einer. Da drüben sind drei. Weil ich nämlich näher dran bin mit tausend. Ja, du spielst ja auch länger. Er ist ein Team. Komm, mit Katsch. Nein, das ist kein Team. Da duellieren sich welche. Ja, drei duellieren sich da. Kannst du ja nicht erzählen, Alter. Braucht zwei auf einen gehen. Erstmal den Cube hier töten. Ja. Ich wollt' irgendwie jetzt erst mal auf dich gehen. Ich will seinen Eisenhelm. Ich will seinen Eisenhelm. Was war das denn für'n Turn-On, Alter? Ja, hat der mich noch, Alter. Hat der dich? Der hat mich noch gekriegt, Alter. Riecht unlogisch. Fünf Her... Äh, vier Herzen. Legt mich mit einem Schlag auf einmal. Marvin, sagt mir, wenn einer in der Nähe ist. Ich schrieb... Ich kenne das Wort nicht mal. Utterly. Suck for teaming. Get good noobs. Gut, da war ja kein anderer sonst in der Nähe, oder? Nö, ich seh nur den anderen Typen, der jetzt hier ist. Weil er unsichtbar ist. Weil er Spectator ist. Und da kommt einer! Da kommt einer! Da ist wirklich jetzt! Ja. Ja, wie der mich zur Seite haut. Das ist ein Team. Schwules Team. Von denen kommt der andere. Einfach doch schwules Team. Ach, da brauchen wir uns jetzt von dem Weg beim Zuschauen. Nein! Hat er dich, Alter. Mit fünf AP. Wir schauen uns gleich nochmal was mit dem Get... 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 Noobs. Hältst du noch eine dran, oder? Ja, auf jeden Fall. War auf jeden Fall eine ganz gute Runde. Wir haben vier Kills gemacht. Ach, ja. Ich hab grad 565 Kills, Alter. Ich hab 146. Nice. Wie viel wins? 12. Alles gut. Achso, genau. Ich bin der Partyleader. Ja, doch. Du musst das machen. Kann sein, dass die Folge ein bisschen länger wird, weil wir im Moment keine Server finden. Ägypten. Sieh, selber zum Beispiel. 2 von 24. Also. So, gehen wir da raus. Zack. Spielen wir mal Getulo Island. Ich glaub, die sind alle noch am Schlafen, die Amis. Und alle anderen. Gucken wir mal hier rechts, wo es denn fast... Ja, manchmal kurz Marvin's Trink. Pause gesponsert bei Cola. Und... Wie es geht für Apfelschorle? Valley. 2 von 16, auch cool. Wird hier gerade nicht allzu viel. Kettle Drive. Pandora ist gerade eine Lobby. Also auf jeden Fall auch gerade ein Team reingejoint, die so wahrscheinlich auch gerade... Sag, hier mal eine Pandora-Lobby. 9 von 24, 10 von 14. So, zack, Neos Trink-Pausen. Sponsert bei Sprite. Okay, trinkst jetzt hier Sprite. Okay. Äh, Neos Trink-Sprite. Achtung, Achtung. Er trinkt Sprit, Alter. Ist die letzte übrigens von dem Sixpack. Tut mir leid. Alter, ich denke, das ist echt schon die letzte. Ja. Krass. Man muss ja bei dem Wetter bei Kräften bleiben. Und irgendwie erwähne ich... Ich erwähne das jedes... Jeden Tag. Jeden Tag erwähne ich irgendwie so von wegen... Ja, bei der Hitze muss man trinken. Die denken sich auch. Haben wir ja wochenlang Hitze? Nein, wir nehmen am Stück auf. Ich glaube, wir nehmen wir jetzt auch so diese hier, oder? Je nachdem, wenn ich jetzt am Anfang direkt frage, kack oder sowas, brauchen wir noch eine. Es sei denn, du heißt es. Ich glaube, aber hier soll was Neues ausprobieren. Ich spüre gerade ein bisschen einfach nur den Wolf-Tamer, ja? Ach, komm, mir mal wieder den Ruck, Alter. Der Ruck... Ich habe zuerst überlegt, ob ich beim Sampling irgendwie mache, dass wir beide Schwerte an der Hand haben oder so. Ich habe keinen Bock, mich da irgendwie ein bisschen reinzulesen, wenn ich das mache. Oder so einen kleinen Wolf bei mir unten editieren. Kann ich auch machen. Das kann vielleicht sogar möglicher sein, als das mit dem Schwert. Warte, da muss ich lang, ne? Ja. Verdammt, ich lauf falsch. Bin ich auch zuerst. Egal, ich habe ein bisschen Rüstung, aber ich bin hinter dir, Marvin. Hinter mir sogar? Nice. Du hast besseres. Ah Gott, da pusht mich wer. Oder hat mir einen mitgegeben? Ja, mich jetzt auch an so einen Pisser. Ich sehe das hinter dir mit einer Axt. Ich habe ihn weggehauen, Marvin, renn. Fuck, ey, ich war noch runter hier. Nein. Oh, oh, oh. Hast du den Wolf jetzt gesehen? Hau ab, Junge. Marvin, renn doch. Marvin, jetzt renn. Ich glaube, der Typ ist verwirrt in seinem Leben. Junge, hast du Probleme? Verpieß dich, Junge. Wieso will der dich eigentlich so stark? Weil ich mich gewehrt habe. Junge, jetzt habe ich die Axt in meine Hand, Alter. Ich habe eine Waffe, wo kann ich nicht aussehen? Du hast viel zu helfen. Doch, jetzt gehen meine Hunde auf dich los, Alter. Bam, Diamantschwert. Doch, ich habe ein Logo von dem. Ja, Hunde, jetzt guckt er mich an, ne? Könnt nicht mal kämpfen. Alter, ich bin zwei Herz überlebt, ey. Ich wedel mir gleich einen richtig weg, Alter. Ach, dann. Alter. Was lief mit dem Typen da falsch? Ich glaube, der unterdrückt so Aggression. Wir haben ja frickelnd zu Hause auf den Wien-Ära-1. Ich bin da voll der On-Team. Ah, hört das hin. Hi, Brudis. Viel Spaß mit meiner Lohe. Nein, ihr fällt auch auf mich, du Irrer. Du Irrer. Rann einfach weg. Ich fokuss mich sogar ein, du hübscher Verarsch. So, die sind der Wasserfall runter. Nein. Lohe, das finde ich nicht. Lohe. Lohe, please. Aufhören. Aufhören. Neos Friend. I'm a Neo, please. Let me alive. Warte, ich muss nochmal hier in den Kisten gucken. Geht es am... Da kommt wieder einer hoch. Ich renne weg. Ich geh rüber, das ist okay. Ich hab damit nichts zu tun. Nein, Anna, ich hol den mir jetzt, Alter. Nein, wir machen keine Scheiße, ich helfe dir nicht. Brauchst ne Hose? Papierst dich, Junge. Äh, ne Hose, joa. Lass mir so ne Loh. Ich krieg gleich richtig einen ab, Alter. So, ich hab nen Stein-Schwert? Ich wähle mir gleich richtig einen weg, Alter. Ich glaub, ich laufe gleich übers Dorf, Alter. Neos, ich laufe nur den langen Weg übers Dorf, wenn das für dich okay ist. Warum? Weil mir immer die Lohe da auf den Sack geht, die genau beim Rüberspringen da gammelt und mich abschießt. Wir haben ein Diamantschwert, ein Holzschwert mit Rückschloss 4, also... Geh ich dir einfach ins Spawn rein, oder so. Wir haben so. Oh, man, eine mit der Haltbarkeit und schlusslich. Und dann hinläuft sogar einer aus dem Spawn, also du wirst mich doch verarschen. Ach, das ist nicht... Das ist Neo, Alter. Das ist kein Gegner. Ja? Was? Psch. Das ist kein Gegner. Lässt mich jetzt hier nur langlaufen. Du hast mich jetzt nicht gesehen, Rudi. Das ist von mir. Rudi, du hast mich jetzt nicht gesehen. Ne, aber... Ich bringe den Kumpel mit. Deinem besten Freund übrigens, den... Weiß ich nicht, wie heißt du denn? Du bist ja cool... Cool irgendwas. Da ist er. Gibt's hier Probleme, Officer? Oh, ja, ja, oh. Was macht er mit dir? Was hat er denn getan? Was hat er denn? Was hat er denn? Er schreibt an der Hexen in der Chat. Einfach mal als Notus-User beleidigen. Aber Marvin, deathmatches leben noch zwei. Nein. Nein. Geh nicht ein. Neo. Wie soll ich das machen, Neo? Was stellt's dir denn vor, man? Hilfe nicht, Hilfe nicht, Hilfe nicht, Hilfe nicht, Hilfe nicht, Hilfe nicht, Hilfe nicht. Keinen höchstens runterkicken und dann mit dem Diamantschwert verprügeln. Meine Chance auf den Win ist mein Holzschwert. Oh, ich glaub, da machst du nix mehr mit dem... Oder das Stahlschwert, was ich von dem einen Typen aufgehoben habe. Von mir. Oder von dir. Ach, piss dich, bitte. Please, leave me alone. Leck mich! Ja, hat er selber so'n Schwert, Alter. Ja, hat er selber so'n Schwert, Alter. Du bist 20, Alter, oder was? Das sah voll geil aus. So, ich würd' sagen, wir hängen hier einfach noch ne Folge dran. Noch ne Runde. Es sei denn, wir finden jetzt keinen Lobby. Also nicht zügig. Ich würd's mal uns gerne Ägypten nochmal finden. Nee, ist nix. Klatsch dagegen. Girl, you are my hope. Neo, hier drin sind fünf. Kommt wieder in den Ägypten rein. In Ägypten? Und fünf von 24 ist, glaub ich, gar nicht so gut. Oder? Lobby. Hä, jetzt sind wir... Ja, gehen welche raus. Neo, komm rein. Richtig schwul, dass alle mal rausgehen. So, Pandora. Vote yes. You recast your vote to yes. Huh? Oh, no. So, drop that ass down low. Was ist denn hier los, dass ich die ganz... Ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir haben gerade wie viel. Äh, insgesamt oder Video? Ja, insgesamt. Äh, ich glaube, 728. Was war das? Richtig geil, Alter. Leider haben wir nicht so viele Likes immer auf den Videos, ne? Immer wie, auch in den Kommentaren wär's schön, mal irgendwie zu sehen. Ja, Kommentare wär' echt mal was Schönes. Wir spielen dann, ja. Schaut doch mal was in die Kommentare. Nichts kommt. Vor allem, die schauen ja auch die Videos. Aber. Aber. Also wird nicht kommentiert. Oh. Oh. Boah. Da kann man sich auch hier irgendwann auch ausgehen. Neohilfe, ich bin hier hinter, Neoh. Neoh, guck mal grad aus. Neohilfe. Hilfe. Warte, ich komm zu dir. Neohilfe. Ich fliege, guck mal. Drück F5 und guck mal so von vorne. F5 von vorne in Sicht. Cool. I'm, I'm a superman. And I'm flying through the sky. Wo geht's hier noch so hin? Nein! Schau mal in der F5 Ansicht. Wie kann ich da nicht drüber springen? So, in der F5 Ansicht Jump and Run, ja? Uuh. Ich möchte rüber zu der Map. Er war geil, da schon mal so vorher rumzulaufen. Wird einer so einen ähnlichen Skin wie ich? Was heißt denn, weil wir da oben? Ich glaube, ich beende aber jetzt hier lieber kurz die Folge, weil, wenn wir jetzt hier noch allzu lang warten müssen, wird hier nichts mehr draus. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ihr ein bisschen viel Warterei am Ende war. Mach ich die Scheiße. Du bist nur und so. Not bad, I call Hex. Und ihr seht dann vermutlich wieder was von uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.